Das ist die Restaurant-Pizzeria. Da haben wir auch nicht nur vergessen. Wir haben ein Zykonen-Schnitzel für uns. Äh, Schweiz. 35 km der Strasse von Uppes. 35 km hier schön. So, Polkowatt gefordert bei Städten. Warte hier. Ein fröhliches Sahneverleihkopf. Reifereit. So, wir gucken, lecker rein. Also nicht gut was zu essen. So, wir gucken, lecker rein. Vergessen. Erstens. 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 Jellengruf. Erstens. 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 Mal hab ich's doch nicht gemacht. Auf jeden Fall gibt's noch Kinder. Bär genug, genau. Oh man. Ah, dann haben wir alles zusammen. Ja, okay. Wahrscheinlich sind mehr Familien, mehr Familien. Hier will... ...ein Großbritannien... ...ein Quartoffe. Da ist noch eine Kirche mit Zwiebeln... ...und der Sande auf dem Großland. ...und der Sande auf dem Großbritannien... ...und der Sande auf der Sande auf dem ganzen Schraub des Zwiebeln. So, es geht um Schraub des Zwiebeln. So, es geht um Schraub des Zwiebeln. So, jetzt geht's noch ein Schraub. ...und das Strecke, der Kroger ist. Das war's. ... Musik ... Neufahrt in Niederlande Was ist denn los? Weiß Zwölf gelben Sterne Zwölf verordneten Stämme Israels Da kommt es her, da halten wir zwölf Sterne Der Designer der Flagge war es, das kostet Israel Das wissen viele gar nicht Deswegen haben wir eigentlich zwölf Sterne aufgemacht Das sind nicht unbedingt die Gründerstaaten Hier ist die Islamische Gemeinde Neufahrt Auch hier Da ist ein China-Ressort Hier gerade Das sind Autofähler in Vielfalt bestimmt hier Das ist ein islamisches Gespräch Das ist ein islamisches Gespräch Dann machen wir Neufahrt Da ist Roma Auch ein bisschen Italien dabei Und hier in der Apotheke Die Metzger bei Imbel ist sogar Ungläubige Kost Mit der Metzger bei Imbel ist wahrscheinlich auch was vom Schwein Das ist ja Echalal Und das ist noch ein Metzger Und ein Pilatus Strader sogar Hier ein 3-Bereis-Skont Und dann geht es um die Höchstkont Aber wie aber was kostet denn jetzt Äh, eins Auf die Strasse Ja, das ist kein Strasse in Österreich da ich mir noch irgendwie mal ein Gerichtsserfahrt vermittelt war weil ich habe jetzt schon mal so gefahren ich komme ja aus Wüsterweich vorne jetzt gestern war ich noch da mit Wüster Schöne Motor gemacht nicht so zufällig Schweizer Mio Schöne Motor Modell Hotel Gaston 4 Kilometer Das war neu vor unternational aufgestellt und heimische Kost Benziger Ausstattung so 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 wie